Ja, jetzt kann ich dich hören. Was zockst du denn Schönes? No Man's Sky zocken. No Man's Sky zocken. So. 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 Luftschub-Jet-Pack. Online. Ja. Multiverkzeug und Minenlaser. Einsatzbereit. Ja. Benutzer-Initialisierung abgeschlossen. Verriet Staub. Okay. Ah, ich brauche noch ein bisschen Verriet Staub. Okay. Da ist was. Oh, wie ging das denn mit dieser, ähm... So nicht. Ah, da. Ein Gesten. Ach so, jetzt fühle ich mich besser. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, mein Raumschiff ist da hinten, okay. Wir nehmen mal mit, was mitzunehmen geht erstmal. So, mein Raumschiff. So, mein Raumschiff. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Metallplatte und Segel brauche ich. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ok Ok Ah, da war es Ok, das ist ein bisschen neu Oh, es wird kühler Mit dem kann ich wahrscheinlich nur nicht fahren, ne? Ne Ah 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 Jetzt ist es wenigstens einigermaßen erträglich Lass Lass das Scheiße, das schaffe ich doch nie. Feuersturm. Okay, ich glaube, ich bleibe hier verreckend gleich am ersten Tag. Äh, nicht ausgesucht, schön wär's. Ja, du landest ja auf irgendeinem am Anfang. Ich habe das Pech und bin auf dem Hitzeplaneten gelandet. Ich habe das Pech. Ich habe das Pech. Ich habe das Pech. Ich habe das Pech. Suche nach Höhle Ja, hier ist nix Sonst würde ich es doch machen Ich muss jetzt unbedingt irgendwie dahin Oh Gott Wie viele Meter sind es noch? 200 Vielleicht habe ich Glück Und da ist ein Gebäude Ja, sieht gut aus Oh Oh Jetzt nichts wie rein hier Das war knapp Das war richtig knapp Oh Oh Was ist das? Liegt hier noch irgendwas? Was ist das? Ah, das hier kann ich mal aktivieren. Was ist das? 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 Ich bin doch da, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, an dieser blöden Blume vorbei. Was ist das? 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 Ich brauche aber mehr Kohlenstoff, das reicht bei weitem nicht. Was ist das? Was ist das? gerade da ich brauche noch ein bisschen ok ja Was ist das? Vielleicht habe ich ja hier ein bisschen Glück. Ja, hier sieht gut aus. So ein Ding machen wir gleich wieder voll. So, wo ist jetzt mein Raumschiff? Da. Achso. Jetzt erstmal scannen, was hier... Was das Zeug hält. Was ist das? 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 Exoanzug, aber ganz schnell. So, jetzt zu meinem Raumschiff. Halt, identifizieren noch schnell. So, willkommen beim Zoom an alle, die zugeschaltet haben. So, hier ist noch eine Kiste. Ich höre andere und Tiere. Haben wir hier irgendwas Neues? Was ist das, was war? Das da hinten. So. So. Das sind die Vögel über mir. Noch bin ich nicht tot. Da hinten kann ich noch was scannen. Und den da hinten kann ich auch nochmal scannen. Ich muss an dem Vieh vorbei. Ich hoffe, das ist nicht böse. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Ich renne einfach mal. Hinter seinem Rücken lang. Das sieht gut aus. So. 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 Alles scannen, was zu scannen geht. So, ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr. So, dann reparieren wir das auch noch mal. Sehr schön. Feines Ferit brauchen wir jetzt. Da müssen wir mal gucken, wo wir feines Ferit herkriegen. Ferit-Staub. Da. Aus den Dingern. Kriegen wir feines Ferit. Oder auch nicht. Keines Ferit. 更üllend. Tid, ich werde nicht schw Metlen. proximity zu dem Asthきます. Bist du Anchorune verd 임? Tid. Tid. Da brauche ich immer noch den, ne? Da kann ich machen, was ich will. Das können wir ja schon mal machen. So. Rafferini, okay. Wie ging das? So, ne? Genau. Bauen nicht möglich. Was fehlt mir denn? Ach, eine Metallplatte. Produkte hergestellt. So. Treibstoff. Kohlenstoff. Verrietstaub. Zu feines Ferit. Feritstaub kriegen wir ja überall her. So, dann nehmen wir das mal wieder mit. Und ich muss hier ganz schnell rein. Oh, ich kann endlich wieder fliegen. Suche nach Anomalien in den Sternen. Okay. Dann fliegen wir mal in den Weltall. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Folge Ich soll auf diesem Planeten... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Produkt hergestellt. Produkt hergestellt. Technologie installiert. Wasserstopfgelee fehlt mir, okay. Produkt hergestellt. Jam. Jam. So, Bubbel, moin. Äh, spielst du vielleicht die neue FIFA-Dämon? Habe ich schon angespielt. Aber ich kann sie nachher gerne nochmal anspielen. Ist kein Problem. Okay. Lass mich, was? Lass mich? Da war... Hä? Da ist was. Jo, bis später. Jo, den Hunger. Oh, hier gibt es eine Menge. Allein in meiner Umgebung gab es jetzt eine Menge zu analysieren. Und es gibt immer noch mehr. Wow. 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 So, was? So, Leute. Wow. So, was? So, let's... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da könnte Kupfer sein Evoli, hallo So ein Zufall, lieber Evoli Ich hab hier grad auch ein Evoli in der Party ZDF, 2020 Uran, Uran will ich nicht, ich will Kupfer Natrium Natrium Wasserstein Grüße an das andere Evoli Ja, sag ich ihm Ich soll dich schön grüßen, Evoli, von einem Evoli Hier war noch irgendwas, was ich identifizieren kann, das Ja Ja Uran, Natrium, Natrium Ich finde nirgendwo Kupfer Uran, Uran Uran, Kupfer Äh, kann ich das auch wieder abbringen? Oh, nicht genügend Treibstoff Das Kupfer Ja, los Deaf Das ist mein Blick, das doch mal Ich möchte gerade ausfüllen, hier entgegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ouch. Zuuu. 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 Wo habe ich den Kupfer? Ah, da. Zuuu. 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 Okay. Wow. Okay. Die nehmen wir nicht mehr. Wir gehen mal hier ein bisschen in Deckung. Wir brauchen jede Menge Kohlenstoff anscheinend. Okay. Das heißt, wir bauen uns hier eine kleine Basis erstmal auf. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Technologie ausgeladen Technologie ausgeladen Da haben wir zum Glück noch ein bisschen Kohlenstoff, das ist okay Jetzt müssen wir aber erstmal warten, bis der Sturm abklingt Da oben ist noch eine Ablagerung So 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 Okay, Strahlung nimmt ab Das heißt, der Sturm dürfte jetzt langsam aber sicher verschwinden So Ich muss meine Waffe mal wieder aufladen Ja, ja So 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 Das war's. So, Raumschiff ist in der Nähe, okay. Das heißt, das muss ich mal woanders kurz hinstellen. So, Raumschiff ist in der Nähe. So. 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 Ich habe, wo habe ich denn Vor allem, was ist das hier? Ah, okay Zo Zo Technologie aufgeladen So Ooh So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da ist er Ich habe die Daten gebrochen So, wo ist meine Basis? Da nicht. Da. Uiuiuiuiui. Huh? Huh? Ah, jetzt verstehe ich das. Ah, jetzt kapiere ich das. Jetzt kapiere ich das. Ah, das tut mir leid. Ah, das tut mir leid. Ah, das tut mir leid. Okay. Jetzt kapiere ich das zu wirklich erst. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt gucken. Gut. So. Kapiert. Hach. Ist das schön. Oh. 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 So, den kriegen wir noch down, hoffe ich. Nein, kriegen wir leider nicht mehr down, aber macht nichts. Weil den können wir ja wieder auffüllen hier. Und dann können wir wieder einen neuen sammeln. So, jetzt suchen wir nochmal ein neues unterirdisches Teil. Da. Ach, nicht genug Treibstoff. Okay. So, da ist das. 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 Da ist das. So, 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 haben wir noch irgendwas in der Nähe? Ja, da. Da gehen wir als nächstes hin. Und dann fliegen wir erstmal nach Hause. Da oben ist meine Basis, also passt das. Hä? Das hatte ich doch schon. Ja. Okay, da waren mehr geborgene Daten. Gut. Naja, wir gehen erstmal nach Hause. Ne, das gefällt mir nicht, hier zu landen. Was brauche ich hier für eine Metallplatte? Okay. Produkt hergestellt. Technologie aufgeladen. So. Ich habe Uran im Murin. Da ist kein Aspirin. Ich muss zur Kuh, in die Natur, in den Harz, sagt der Arzt. Jupp. So, das hätten wir. Was haben wir hier? Bio-Treibstoff-Reaktor. Das ist interessant. Was haben wir hier? Speichersignal. Äh, drei Stück haben wir noch. Ich möchte noch gerne die Holztür leeren. Das wäre doch nett. Beziehungsweise, wir gucken mal bei dem Metall. Und die Metalltür leeren wir auch noch. Was haben wir noch? Ja. Huh? Ah, jetzt kapiere ich das. Ah, jetzt kapiere ich das. Metalltach. So, gleich wieder da. So, tapiere ich wieder. Ah. So, jetzt kapiere ich das. 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 Natrium. So, jetzt kapiere ich das. So, jetzt kapiere ich das. Hast du dir wehgetan? Mit rechts oder? Ja. Oh, meine Frau hat sich wehgetan. So, jetzt kapiere ich das. So, jetzt kapiere ich das. Ah, Metallplatte fehlt mir. Und Sauerstoff. Und Sauerstoff. So, jetzt kapiere ich das. 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 Und ich rie kneifte. So, jetzt kapiere ich das. Produkt hergestellt. Produkt hergestellt. Technologie aufgeladen. 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 Das war's. 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 So. Das war's. 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 Okay. Okay. Okay, da ist meinst ein Tuckenbess. Was hab ich denn jetzt hier? Das hab ich. Schlaf der Sicht. Ne, da ist meinst besser gerade. Das hat alles, was der auch hat. Ne. Ne, da ist meinst. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018